Dann kommen wir zu dem Thema, das mich viel mehr emotional tangiert, um es mal so auszudrücken. Ja, ist auch weitaus wichtiger. Ja, es geht nämlich um den guten Herrn Thomas Strobl, Innenminister Baden-Württembergs und Landesvorsitzender der CDU hier in Baden-Württemberg. Wir haben letzte Woche schon so ein bisschen darüber berichtet. Es gab jetzt eine Sitzung des Innenausschusses, ich glaube letzten Donnerstag im Landtag. Und da ging es natürlich nochmal um das Derby und um die Geschichte, dass knapp 600 KSC-Fans vor dem Derby von der Polizei eingekesselt wurden. Es wurde auch nochmal die Begründung geliefert, Abbrennen von Pyrotechnik auf dem Weg vom Bahnhof in Untertürkheim zur Arena, zu dem seien Einsatzkräfte mit Pyrotechnik und Absperrmaterial beworfen worden. Das ist die offizielle Aussage der Polizei. Und der Herr Strobl hat sich jetzt dazu geäußert und meinte, Gewalt und Sachbeschädigung gehen halt gar nicht. Das ist die rote Linie und Gewalt gegen Polizeibeamte sowieso mal nicht. Das müssen alle auch begreifen. So weit, so richtig? Gehe ich mit. Ja, keine Frage, klar. So, dann gab es natürlich den Vorwurf, ja Herr Strobl, wir verstehen das schon, dass Sie Gewalt gegen Polizei nicht tolerieren wollen, dass man da eingreifen muss. Aber, dass dann von diesen 600 Leuten vielleicht dann doch nicht alle Gewalt gegen Polizisten ausgeübt haben, das müsste man da vielleicht berücksichtigen. Und da meinte Herr Strobl, ja, aber klar ist auch, wenn du in so einer Gruppe bist, hast du ja locker, das ist wie gesagt sein Zitat, hast du ja locker. Das ist Wortlaut, also das ist wirklich bemerkenswert, ja. Hast du ja locker die Möglichkeit, sich davon auch zu entfernen. So, und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ja eigentlich schon ein Witz, dass jemand so antwortet auf die Nachfrage, warum praktisch so viele Fans eingekesselt wurden. Ja, und ich glaube auch nicht, dass der Herr Strobl wöchentlich, irgendwie oder zweiwöchentlich mit irgendeinem Fußballteam auswärts fährt, um das beurteilen zu können. Der hat sich wahrscheinlich noch nicht mal die Aufnahmen der Polizei angeschaut. Aber er hat ja gesagt, dass man klar erkennen konnte, wie, das ist jetzt auch ein Zitat, chirurgisch scharf die Polizei die Trennlinie gezogen habe zwischen den normalen Fans und der Gruppe, aus der die Gewalt gekommen sei. Und wir haben ja vor ein paar Wochen gehört, dass da auch Leute, die irgendwie völlig unvermittelt irgendwie aus dem Parkhaus rauskamen, mit eingekesselt wurden. Also so viel zum Thema chirurgisch scharf, also da muss die auch dann doch schmunzeln. Und das verspricht sich ja auch zum Teil mit den Polizeiangaben vom 28.11., denn die Polizei sprach ja damals davon, dass man nicht direkt eingegriffen hat, als es eben den Pyro-Einsatz gab und diese Absperrmaterialien, die geworfen worden sein sollen, sondern man hat die Leute erstmal weitermarschieren lassen oder weiterlaufen lassen, bis sie eben dann da bei diesem Parkhaus waren und hat dann hinter den Leuten abgesperrt und halt einfach mehr oder weniger willkürlich 600 Leute eingekesselt. Also von chirurgisch scharf kann nur jemand sprechen, der sich damit überhaupt nicht beschäftigt hat, weil es wurde halt klipp und klar so überliefert von Leuten, die da drin standen, dass sie überhaupt nichts damit zu tun hatten mit der ganzen Geschichte, mit der Anreise im Bus, mit der Anreise im Zug, sondern die sind mit dem Auto da hingekommen und haben sich dann wiederfinden dürfen in einem Polizeikessel und wurden da unter widrigsten Umständen festgehalten über Stunden. und danach davon zu sprechen, zum einen, dass man sich ja da locker aus dieser Gruppe hätte lösen können, das ist einfach so ein Bullshit und macht mich schon wieder so wütend, weil das ist halt wirklich einfach, das ist unfassbar, es wird noch besser, es wird noch besser. Auch noch ein Satz, den ich interessant finde, es ist ja im Grunde genommen nahezu nichts passiert, sagt der Strobl. Und da sage ich richtig und frage gleichzeitig, wieso müssen dann 600 Leute eingekesselt werden, wenn nahezu nichts passiert ist. Also nochmal, ich verstehe, dass Leute ein Problem damit haben, wenn Pyrotechnik im Stadion oder so abgebrannt wird. Ich verstehe auch das Problem, dass Polizeibeamte haben, wenn plötzlich Böller auf sie geworfen werden und so weiter und so fort. Das akzeptiere ich, sehe ich ein und da kann man auch gegen vorgehen. Deswegen gibt es ja dann wahrscheinlich auch Beamte, die da mit Kameras rumlaufen und eingreifen. Da habe ich sogar Verständnis für. Aber wie gesagt, ich habe kein Verständnis dafür, dass man 600 Fans willkürlich einkesselt und danach zu hören bekommt vom Innenminister, dass es ja im Grunde genommen nichts passiert, also es ist ja nichts passiert, nahezu nichts passiert, sagt er. Und dafür wurden da, wie gesagt, Leute unter widrigsten Umständen, ich wiederhole mich da, festgehalten, über Stunden. Das ist ein Unding. Also würde ich mich als Betroffener wirklich massiv verarscht vorkommen von Herrn Strobl. Und nochmal, dieser Herr ist von der CDU. Vielleicht hilft das für die nächste Wahlentscheidung, dem einen oder anderen. Genau, aber das Schöne ist ja, ich glaube, das ist halt auch so eine Masche, die hat dann vor zehn oder vielleicht auch vor fünf Jahren noch gut funktioniert. Da hat dann die Polizei ihre Pressemitteilung rausgegeben und der Innenminister hat dann sein Statement abgegeben. Aber dass halt in der Zwischenzeit über das Netz, über Twitter, über Facebook, über Podcasts halt schon so viel darüber geschrieben wurden, wie willkürlich und unangemessen die Maßnahmen der Polizei waren, ich glaube, das hat er auch gar nicht auf dem Schirm. Und er ist ja einfach zwei Wochen zu spät dran. Und ich glaube, jemand wie der Strobl, der merkt dann auch gar nicht, dass ihm das vermutlich auch gar niemand mehr glaubt, was er da sagt. Weil vor ein paar Jahren hat das wahrscheinlich noch jeder geglaubt, weil das sagte der Innenminister und man hat auch nichts anderes gehört. Aber es gibt halt, ja, über die sozialen Medien, also man kann über sie schimpfen, wie man möchte, dann doch eine, ja, relativ große Gegenöffentlichkeit. Und alle haben gehört, dass Karlsruher Fans wirklich dutzendfach Klage gegen die Polizei erhoben haben. Man hat auch gehört, dass die Klagen dann teilweise von Polizeiwachen nicht angenommen wurden oder jedenfalls das versucht wurde. Und das alles ist halt schon, ja, in der Öffentlichkeit. Und insofern kommt dann halt dieses Statement von Herrn Strobl halt erstens relativ spät und, glaube ich, fruchtet auch nicht wirklich, weil die Leute halt echt schon auch die Gegenseite gehört haben, die ja wirklich dann vor Ort war und die die Erfahrungen da machen mussten. Und insofern, ja, ist das in dem Fall ganz gut, dass es die sozialen Medien und Podcasts und alles drumherum gibt, und dass man auch mal, ja, beide Seiten dann wirklich in ganzer Umfänglichkeit hören kann. Der KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer hat sich zu den Aussagen von Herrn Strobl auch nochmal geäußert und meinte, mit den Aussagen von Strobl kann ich wenig anfangen. Es war eine total überzogene Aktion von der Polizei. Das klingt fast so, als ob aus Willkür gesagt wurde, diese Gruppe aus Karlsruhe, die packen wir jetzt in einen Käfig und dort sollen sie ausharren und das Spiel nicht sehen. So, und ich glaube, besser kann man es nicht zusammenfassen, denn genau diesen Eindruck hatte ich auch nach dem, was ich nicht nur von KSC-Fans gehört habe, sondern auch mit Leuten, die, ja, ich sag mal so, aus der Stuttgarter Fanbetreuungsszene kommen, ja, die haben ja Ähnliches berichtet. Also von daher bin ich da ganz bei Oliver Kreuzer und das ist nicht allzu oft der Fall. Genau, ich kann sagen, das muss schon was heißen, ja. Übrigens, die Aussagen von Herrn Strobl sind natürlich auch interessant, weil ja aktuell, hilft mir da jetzt mal genau, wie das Gesetz heißt, geplant wird. Ich glaube, ich habe es mir jetzt hier einfach nur als Polizeigesetz notiert, aber das ist falsch. Genau, umgangspartlich Polizeigesetze, ja. Ja, also man möchte da praktisch die Rechte bei der Verbrechensbekämpfung für Polizisten ausweiten und die Grünen und die CDU haben sich hier in Baden-Württemberg auch bereits darauf geeinigt. Andreas Schwarz, das ist der grünen Fraktionschef, sagt aber, es wird die Balance zwischen Sicherheit und Freiheit gewahrt. Also, da müssen wir mal abwarten. Ich finde, am besten hat das Kommando Cancha das Ganze zusammengefasst, denn die sagen, wer Einsatzleiter, die willkürlich Maßnahmen dieses Ausmaßes anordnen, weitere Spielräume verschaffen will, handelt einfach nur verantwortungslos. Und ich finde, damit ist eigentlich alles gesagt zu der ganzen Sache. Und ja, also ich habe mir von den Grünen da etwas mehr Beistand erhofft, um es mal so auszudrücken. Ja, genau, so viel zum Stichwort Bürgerpartei. Also das ist dann auch nicht mehr ganz so, wie es mal war. Also das ist dann auch nicht mehr so, wie es mal so auszudrücken. Also das ist dann auch nicht mehr so, wie es mal so auszudrücken. Also das ist dann auch nicht mehr so, wie es mal so auszudrücken.